Ein zauberhaften guten Morgen, liebe Schi-Challenge-Gemeinde! Heute zum letzten Mal Wetterauslosung und zwar für Sochi, was ja bekanntlich zur Bundesliga zugehört, allerdings nicht zum Weltcup. Davon also nicht irritieren lassen. Am Donnerstag, genauso wie bei jedem anderen Bundesliga-Rennen geht es um 19 Uhr in der russischen Olympiastätte die Piste runter, die wir erst heute Abend kennenlernen werden. Und vorab ziehen wir deswegen schon mal das Wetter, damit ihr euch auch ordentlich alle vorbereiten könnt. Das übliche, um zu sehen, mischen, ziehen und auffummeln. So, und ich bin gespannt auf das russische Retter, das Eis bietet. Jawohl, ja. So, als Gegencheck. Schauen wir nach. Stellen fest, es war nicht Neuschnee. Und noch eine Variante möglich. Das wirst dann die Sonne gewesen sein. So ist es auch. Nein, haben wir nicht. Wir haben Eis. Ich wünsche euch viel Spaß beim Üben, Trainieren und vorab erstmal Strecke besichtigen. Alles Gute. Bis später. Tschö.